so bin ich auch schon wieder wir können die quest ich habe es dreimal versucht mir stürzt das spiel immer ab deswegen werden wir die jetzt nicht machen können ich werde jetzt mal da florian wollte vorbeischauen da gibt es kard digimons der will 16 ja aber die werden ich will auch mal so ein kard digimon platt machen aber florian scheint nicht da zu sein wo ist florian der flo müsste ein das gleiche haben wie ich glaube ich aber da er nicht da ist wir mal was probieren zwar er hat nämlich das hier benutzen können ach hier guckt mal verteile zack zack jawohl so funktioniert es chipset plus 10 quest reward health point chipset cool haben wir das auch benutzt wolfen hier timo flo ne das ist scheiße wie mache ich denn das verdammt nochmal wolfen whisper party ja wenn ich jetzt wüsste wie das gegen strg u wie kann ich in dem antworten verdammt typ user id message to whisper wolfen moment so vielleicht ne achso moment slash w wolfen moment ja hier jetzt habe ich doch floh ah dead center dead center thank you for planning on us we hope thank you dicky weiss ah would you withdraw nein nein you can move items to the inventory cash shop ich verstehe es nicht you can move items to the inventory window with right click would you withdraw an item in exclusive tamer shop ah cool was ist das hier festival coin naja gut ähm jetzt wird es dann doch langweilig wir schauen nochmal wir gehen jetzt mal in wood bench trail einfach nee wir schreiben floh nochmal ja slash w wolfen wo bist mal gucken ob er antwortet vorher werden wir aber so müssen jetzt mal hier durch hey 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 da er antwortet nicht ich weiß nicht ob er party wenn ich jetzt wüsste wie ich den einladen kann dann würde ich den auch mal einladen aber nee egal wir müssen erstmal unsere eier loswerden und dann ja wir müssen kunemon töten 5 stück wood bench trail hm 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 so hier kann man digimon hatchen jetzt kommst du ich stand da 5 minuten wo wo war die ganze zeit da ne das will ich doch gar nicht ich sag dir bescheid wenn ich es weiß keine ahnung wo ich bin nein 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 nix hey lass mich in ruhe äh äh hier kann ich digimon 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 ok inventory ok ist full machen wir es anders return digi egg register 91 so jetzt habe ich einen fehler gemacht scan digi egg so jetzt habe ich hier hatching ingredients for b sticky egg low class oh cool board normal board hands field board 10 sticky bread nochmal naja da ist überall bloß Brot drin man bei der absturz quest ich habe mich verlaufen da ist überall bloß Brot drin jetzt haben wir eh keine Haie mehr gut ah dann werden wir jetzt nochmal doch zurück laufen gucken mal ein florian finden eieieiei was sind das für ein vieh fett ihr schweine ey alle viel geilere digimon wie ich muss mehr trainieren hier ganz eindeutig ja mal gucken ob wir den flor jetzt finden ich fürchte fast nicht irgendwie verpassen wir uns immer aber wie ist ein kunemon kunemon ist doch im anderen park wie kann man sich denn davon laufen in dem spiel this channel has been removed after you will be moved dead center warum verstehe ich nicht naja so einmal da durch so Absturzstelle normal normal slash w wolfin nein slash w wolfin hier sind keine gabomons hier sind keine gabomons hier sind keine gabomons wo ist denn der ach wir hauen jetzt einfach mal damit es nicht zu langweilig wird auf ein paar warte ich weiß ja sag ich ja da mich verlaufen haben oh du bist lustig alles umsonst gelaufen warum zensiert er das ach leck mich doch wir gehen jetzt nur mal zurück und gehen jetzt einfach in den anderen bald rein fertig okay wir müssen main quest in einem spiel voranzukommen ja das problem ist killing demi devimon ach das ist die main quest hä und wo muss ich denn da hin yokohama ja wir zurück gehen da müssen wir zurück schreibt nicht mehr naja gehen wir erstmal die main quest ab ich weiß nicht ob das andere auch eine main quest ist ich hoffe mal nicht die können alle auf ihrem digimon reiten ich würde das auch können naja so auf den schultern von dem das wäre lustig so wo ist er wo ist das rote wo ist das rote ja mooncake shop warum müssen wir da hin naja gut das spiel wählt das so oh my head my head hurts so much it feels like it going to explode what's happened thank you thank you for rescuing me from digimon i won't do such a foolish thing again i write a letter of recommended richard samson at the death center ok ok das machen wir jetzt aber nicht wir wollen jetzt mal dahin in den wood bench park wood bench der waren wir noch gar nicht mal sehen was wir da für digimon treffen zuh um w wo 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 Bäm! Na? Bäm! Ach nee, wir brauchen Kunemon. Kunemon. Das sind die falschen Digimon. Zoonomon? Koromon. Koromons will ich doch gar nicht. Ähm, lass mich mal schnell schauen. Äh. Äh. Kunemon. Woodbench. Okay, wir sind richtig. Wir müssen nur ein Stückchen weiter geradeaus. Gut. Gut, dass wir schon mal richtig sind. Das brauchen wir nicht mehr. Die Gegenden sehen aber auch alle gleich aus. Tanemon. Oh. Nachricht. About Mercenary Digimon. This is Richard Selson, are you with me? Now you are the member of that center. How only partner Digimon can make you great tamer. You have to hatch mercenary Digimon. And nurture it as a strong Digimon. It is also the condition for great tamer. I will let you know. The method to hatch mercenary Digimon acquire one mercenary egg from Kunemon in front of you. Okay. Kunemon. Ja, die müssen jetzt eh platt machen. Dann hauen wir mal drauf. Und weiter. Bam. Okay. Next. Digitation. Zack. Du kannst gleich auf die nächste, jetzt ruckelt es wieder übel. Hallo. Einfach weitermachen. Na komm, hau rauf. Yeah. Weiter, 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 weiter. Ja, wir haben einen mercenary egg. Und fünf Kunemon gecaptured. Komplett. Komplett. Data mercenary Digi egg you acquired are not perfect, so hatching is not possible. If you take the mercenary Digi egg incubator or you come to my village, you will get Kunemon mercenary Digi egg and Matthew did that required for it and you get mercenary, bla 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 bla. Incubator and the Matthew required for mercenary digi egg and you go to my village and try it. Okay. Ähm. Jetzt will ich doch grad nochmal gucken. Ach, egal. Grüne Kunemon. Ach, das sind du Kunemon. Ach, ihr seid scheiße. Äh, wir gehen mal einen Digimon egg hatchen. Und ich hätte gerne so ne Karte. Aber ich glaube nicht, dass ich die besiegen kann, die Cardmonster. Leisten kann ich's mir erst nicht. So, Dead Center. Wow. Ach, das sind die Card Digimon. Nö, keine, kein Bedarf. Danke. So. Da. Ne, das ist der Teacher, da will ich nicht hin. Äh. Da. Hedge Digimon. Incubator. Hedging Mercenary Digi-Egg. I will give you three data, that is a Methylen-Incubator for hatching Kunemon mercenary Digi-Egg and insectoid Digimon. Try hatching by using incubator, that is mercenary Digi-Egg. Ja. Create mercenary. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt, wo ist denn das Digi-Egg? Das hier? Data Input. Data Input. Data Input. The third rule of such for- ah, okay. Hedge. Type your name. Äh, Kunemon. Wow. Da haben wir Kunemon, ah, wow, Alter, Type Kunemon, A Lava Shape Love Type Digimon, A Very, Very Rare Digimon, okay. Kann ich das jetzt changen? Ah, geil, bin in der Stadt, cool, und du bist was für ein Level? Wahrscheinlich Level 1, ne? Ja, das ist mir klar. Train mercenary Digimon, it seems that you hatched Kunemon, was? Ich auch, hab grad nen Digimon, achso, ne, das ist von mir. Dann you have to train a new method, when it comes to Digimon, actually battles in the best training method. I can get XP by fighting against monsters. Digimon on its level, so weit runter. By upgrade, all Digimon can evolve into champion at level 11, with ultimate at level 25, mega existence at level... Okay, aber test your ability as a timer, train, hatched commandment. Okay, bis Level 6 müssen wir's jetzt trainieren. Jetzt will wir mal gucken. Da, hier, Wolfen, hi! Wieso hast du ne Frau genommen? Ich hab's zwar nicht gerafft, aber ich hab eins. Ja, komm, hau ab mit deinem Scheiß, Drecksviech. Verzieh dich! Wie der angeben muss! Ja, danke. Kunu, ja. Bis Level 6, wa? Na? Weil ich lieber ne 18-jährige Tussi spiele, als ne 40-jährige... 14-jährige... Älter als du. Ach, ich nehm' einfach mal alles. Äh, hier. Welches Level? 16. Uh. Ja, das ist meiner noch ein bisschen weniger. Warum leuchtet dem sein Arm, ey? Was mach' ich denn falsch? Ne, er ist auch Level 7. Wo renn' dann jetzt hin? Ist er jetzt vor? Ist er jetzt vor? Ach, mir egal. Wir gehen jetzt mal trainieren bis Level 6, damit hier immer was passiert. So. Koromon. Koromon. Angriff. Also wir greifen Koromon an. Bam! Da ist Wolfen. Tees! Was? Kriegst du sogar meine Items? Bist du Sau. Aber egal. Hau drauf! Auf! Keine Ahnung, wie ich das ausstelle. Egal. Ey, 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 ey. Du sollst das auch nicht jetzt benutzen, sondern... Ah, du bist schon Level 4. Wie schnell machst du das? Wie schnell mach' ich das? So. So, Skill Level Increased. Gehen wir gleich mal höher. Hilfe! Hä, warum? Versteh' ich nicht. Oh. Oh. Oh, da keine Hilfe. Geht doch. Gut. Zack. Meins. Beides meins. Britzel! So. Ne, wir sind noch nicht ganz Level 6. Florian ist schon wieder doch. Der müsst hier irgendwo noch rumfahren. Ja. Ja. Wir haben eine neue Attacke erlernt. Und eine neue Quest. Okay. Skype oder so? Ja, ist besser. Ähm. 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 Visitor to get a reward. I keep an eye on you. Blablabla. Okay. Kurz Pause. Ich geh jetzt mein Skype on. Okay, ich geh jetzt mal in Skype on. Vielen Dank.